Am Dienstag fällt der Startschuss in eine chaotische Wetterwoche in Deutschland. Und das gilt für verschiedene Parameter. Der Wind ist im Thema, örtlich auch Sturm. Dann der Niederschlag, das gilt vor allem für die zweite Wochenhälfte in Süddeutschland. Und teilweise fällt eben auch Schnee. Das gilt besonders eher über den Mittelgebirgen, über den nördlichen Mittelgebirgen und dann auch eher Richtung Mittwoch, eventuell auch noch am Donnerstag. Schauen wir aber erstmal auf den Dienstag. Da ist es noch so halbwegs moderat, zumindest was den Wind angeht. Auch wenn hier im Küstenbereich teilweise im Mittel schon Bofor 7 erreicht werden, in Böen gibt es immer noch mal ungefähr 2 Bofor mehr. Das heißt, Sturmböen sind hier an der Ostseeküste möglich. Wir sehen aber überall in Mittel Windstärke 4 bis 5, teilweise 6. Das heißt, in Böen auf jeden Fall 7, also steifer Wind. Auch in Süddeutschland ist er sehr unangenehm und ruppig, aber es ist keine echte Gefahr. Naja, ein bisschen mehr Gefahr gibt es dann schon beim Thema Schnee. Dieses rosa hier ist eben der Schnee, der vor allem hier über der nördlichen Mitte fällt. Und in tieferen Lagen geht das eben dann in Schneeregen oder Regen über. Aber es ist doch noch mal ein sehr winterlicher Eindruck. Und in Süddeutschland bleibt es trocken, aber auch hier im äußersten Norden. Und wenn wir uns hier das Ganze animiert anschauen, sehen wir eben diese schleifende Front, die die Polarluft im Norden von der milderen Luft im Süden trennt. Im äußersten Norden Schleswig-Holstein sieht es sonnig aus. Am Dienstag ebenfalls hier in Süddeutschland, besonders teilweise in Bayern, kommt auch die Sonne einigermaßen durch. Hier im Süden 5 bis 7 Sonnenstunden, über der Mitte so gut wie nix. Und hier im äußersten Norden wieder von Sylt bis nach Flensburg, da teilweise sogar 8 oder 9 Stunden Sonnenschein. Die Temperaturen sehr unterschiedlich, verbreitet da, wo die Wolken dicht sind, beziehungsweise wo das Wasser von Nord- und Ostsee nahe ist, da sind es gerade mal so 3 bis 7 Grad in der Spitze. Im Süden ist es insgesamt milder, hier teilweise 7 bis örtlich 11 Grad. Und das kommt eben unter anderem auch durch den Sonnenschein, den wir eben in Bayern ab und zu haben.